Ich hab dich aber nur mit dem Brot geschlagen Ja toll, trotzdem bin ich weitgeschlagen Irgendwas mit einem Lockback geschlagen Ne, das wär bestimmt lustiger geworden Ja, lustig wär wahrscheinlich irgendwie die Lava Der, 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 der Slame by Flash Aua Ja toll Wo kommen die denn alle wieder her? Ich weiß nicht, die denken sie so, du mal du Du mal du Ich hab das rumgedrückt Ich hab das rumgedrückt Oh, ich verreck gleich, alter Dirty, der Dirtcreeper Jawoll, Dede Jawoll, macht der Dede Dirk Weißt du, ist ja schon schlimm genug, dass Dass überall Spinnen hier sind, ne? Auf dem noch dirty Dirtcreeper Auf dem noch dirty Dirtcreeper Ach, noch mehr, ja ist gut jetzt Oh, Feuer ist gelett Uuuuuh, Hitler Hast du grad das Wort mit H gesagt? Dirtcreeper, Dirtcreeper Is coming Ja, ich hab's gesagt, Dirtfleeper Ähm, ich weiß nicht Ich wollte sagen, ich hab Dirtcreeper gesagt Du weißt jetzt, was wir mit dem H Ey, weißt du, was wir machen jetzt einfach, Dede Du weißt, Dede Und Dede soll ich Dede soll über Dede boxen Ich hab kein Essen mit Ich hab kein Essen mit Ich hab nur noch zwölf Kekse Hmmmm Wieder zurück Kann man nur zurück Ich will da runter, ey Weißt du was? Haben wir ne Truhe irgendwo? Truhe? Ne, wir haben keine Truhe Warte, soll ich eine holen? Nein Warte Geht der doch nicht so runter, bist du scheuer? Ja Wen juckt's? Wen juckt's? Copper und Tinder Warte mal, warte mal, warte mal Pass mal auf Ich geh erstmal hier rüber Dann machen wir so Oh Okay, das ist ne blöde Idee Alter, ich glaub, dass wir immer mehr bei WMD näher kommen Guck mal, guck mal, wieviel das sind, alter Egal Das ist ja geil Da ist ein paar Spinnchen Wenn wir ihn wegmachen Ich will den Tee da runter, schuld Alter, wie geil Ich will da runter Flash, nein Soll ich mal... Du musst nicht Flash, du nicht Du musst dich halten Flash Du musst ja noch so machen Wenn der Selbstmord sucht entgehen kann Alter Wenn ich nicht entgehen kann Warte mal Hallo Hallo Na Spinnis? Bitte Ich glaub, wenn wir die besiegt haben Und da unten alles ausreichend Dann haben wir am Jackpot Geh weg Von mir Ich hab Angst bei dir Wenn du hinter mir stehst Warum denn? Das ist alles nicht da runter Vielleicht weil du mich irgendwie halt runtergeschmissen hast Na, ich hab die nichts runtergeschmissen Du hast mich nur einmal kurz geboxt, ne? Ja, erstmal aus an sich Die Hand gerutscht Wann kommst du denn da auch? Wede Weil da sollte ich nicht die Spinnweben hier abbauen Ich glaube da sollte ich bauen die Spinnweben hier nach oben Ah, ihr Fotzen Vielleicht erst nicht der Na Spinnis? Kommt her, kommt zu Papa Papa will mit euch spielen Kommt her Kommt her Kommt her Das ist auch ein Enderman, ne? Ich weiß, ja und? Wenn juckt's Okay, Enderman Und Ja, ne? Aber es sieht auf jeden Fall nach einem Nach was fettig Ich will da hin Ich will das geschenk da unten haben Nee, ich will das nicht Jetzt haut ab da, Spinne Haut ab da! Schabta Gupta Schabta Gupta Schabta Gupta Szentus sitzt die ganze Zeit in den Questen und wir Ja, Schabta Gupta Hallo Spinnis Oh da unten ist schön Ich komme, Spinnis! Boah, ich komm da nicht hin, das ist für dich. Ich bin reinglich voll aufbremd. Wir machen mich akassiv. Okay. Es werden immer weniger. Ich hab nur kein Essen. Das läuft bei dir. Und so schwer ist das mit dem Wasser doch gar nicht. Du, wie machst du es denn gerade? Mit den Tanks. Aber du mit den zwei leeren Tanks. Welche leeren Tanks? Der eine, wo das Wasser drin war. Der eine, wo das XP drin war. Und der andere... Wir haben doch dieses komische Teil, was da steht. Naja. Warum machen wir da keinen XP? Wir haben schon zwei Dinger mit XP. Nee, das werden immer weniger. Guck mal an. Da sind immer so viele. Warte mal, ich geh noch einen runter. Oh, das sind der Spiker. Der kann ruhig explodieren, die Sau. Dann sind die Spinnbucke. Wird mehrere Endermanners. Ich wollte eigentlich einen Ava-Leiberhund. Oh, Cookies, nice. Ja, praktisch. Stimmt. Ich bin der tapfere Heldentat. Ich bräuchte noch zwei Cookies. So, ich komm mir mal näher, Spinnis. Hallo. Rackst du? Nee, ich rack nicht. Wie brauchst du denn? Zwei. Was? Zwei Cookies. Aua. Weg wieder. Da sind auf jeden Fall geile Endermans. Jetzt müsste ich eigentlich reggen. Ja, mach mal eine Tür oben da oben hin. Ja, ich regge. Ich warte jetzt eben. Ich hab nicht viel verloren. Vier Herzen. So, da hab ich vor die Städte versuch'n. Lach' ich aus hier. Ich hab da gub da. Aua. Aua. Au. 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 Ne, lass mich, lass mich ruhig. Au. Ich wollt' ich eigentlich... Ich bin am Wolling, wollt' ich nicht schubsen. Ach. Ich bin aber so ein Schubser. Und dann ist der Flash entweder tot? Oder nicht tot? Nein, ich glaub' ich bin tot. Sicher? Sind noch... Mir zu viele Spinnen. Ich weiß nicht, wie viele hier drunter campen. Ich weiß nicht, wie viele hier drunter campen. Keine Ahnung, die Karte sind ganz schön viele. Aua. Hau doch auf, du Schubtergupta. So, dann ist hier Dörfgupta auf der Karte? Ich glaub' ich übernehme. Alter, deine Mutter hab' ich gesagt. Schubtergupta. So. Wir haben jetzt erst mal ne Basis hier. Okay. Die ist unentnehmbar. Okay. Ich hab' das selber. Dich kommt 30 Indemensivität. Hallo. Hier weg. Ich hab' Ich hab' da nix mehr. Hab' ich noch irgendwelche Blöcke? Naja, Sand. Sand auf deine Fresse. Sand auf deine Fresse. Wir haben hier doch nicht mal ne normale Pumpe, ne? Der Degi... Das geht doch eigentlich. Oh, Schubtergupta. Hast du was du isst? Nein. Wie baust du? Oh, ganz viel. Wie viel denn? Ganz, ganz viel. Was bist du denn da? Ein Pigman? Hä? Ein Zombie mit? Eine Axt? Nee, das ist ja nun vielleicht jetzt nicht. Irgendwie geht's genau jetzt auch. Du gehst mit deinen fucking nicht mal vier Herzen. Doch. Oh, ich seh' was. Da will ich hin. Ich will so verrecken. Ich kann nicht verrecken. Ich bin Superman. Dann lass mich da unten hin, wenn du da kämpf'n. Auch wenn ich so über das Equip hat. Oh, ich hab Coco Beans gefunden, Centos. Ja, da unten ist ein Dschungel, ja. Okay. help mit. Dodge Creepa? Dodge Creepa to me. Dodge Cheep Europosoe IT Rekfen. Nevermind. Ihre Recken. Geh weg. Geh weg, gew weg, gew weg. Ah momentan. Nein, nein, nein. Ah. Ich hab' keinen Block mehr. Hast'n Block, hast'n Block, hast'n Block. Hier! Ich schweiß learners Block herunter. Ich muss irgendwie Höhlenbrot dir zu machen. Ja, ich glaube wir sollen uns lieber erstmal essen. Und dann und dann... Alter, boah, da unten geht richtig die Party ab Okay, wir müssen sie essen holen und dann machen die Party, okay? Nee, die Party ist gleich zu Ende Guck mal auf die Zeit Ja, aber 30 Stück brauchen wir davon Hey, hallo, hallo Äh, du wolltest doch nur ne halbe Stunde machen Tete, tut mir leider leid, keine Action mehr Oh, morgen, morgen, äh, ne, morgen geht nicht, keine Ahnung, irgendwann anders Und was immer Ach, Spinnen, ey Ah, hast da vorne, kannst du, hast vorne nicht zugemacht Morgen, heute, oder heute Abend, können wir auch gar nicht aufnehmen, ich muss arbeiten Mäh, meh Ich nehm alleine auf Ne 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 Mach, libt die Money und so Chabda gupta End das, komm, gib das zu, da warst du so 20.000 im Monat Ja, ne, ist klar Das wär schön Ich hab nur, ich hab nur zisch gehört, das reicht Also ich mein jetzt ohne Steine Also 20.000 Also 20.000 brutto 20.000 brutto YouTube Money What's up 5 Milliarden Abonnenten Centus heißt dann ungewollt Ey wir haben gar nicht so viel Erspielwirtschaftet da unten Ich will da wieder Ich will da wieder runter Wir haben noch 6 Minuten ne Ja 6 Minuten haben wir noch Okay, Milonen sind fertig, okay Das heißt fressen Alles du soll Oder kamst du an die Coco Beans nicht ran Nein Noch nicht Wir kommen da gleich dran Ja wie gesagt 30 Stück reichen Cool, Milonen, erstmal ein paar mit Deswegen sagte ich ja Es war Milonen Wie hast du da mitgenommen auf der anderen Seite? Keine Ahnung Ich habe einfach die Riege hier Die war Kaputt gemacht Okay, komm das Dann lass Wie viel passt eigentlich in so ein Tank Nochmal rein in so ein 100 Ich glaube 16 Eimer oder so Nicht mal 30 Löffel Du, der pumpt ja 2, 1 2, 1, 2, 3 Tanks Warum ist ein Enderman? Aber dafür brauchen wir ja auch Obsidien, wenn wir mehr bauen wollen Mhm, warum ist der Dirtkeeper? Ah, schnick verdammte Schnick